Mein Name ist Ozan Polat, es ist schön zu da sein, es ist ein bisschen komisch ohne Publikum, man performt, man gibt sein Beste, aber es schaut einen niemand an, man bekommt keine Reaktionen über. Ich weiss, für viele Comedians ist das ungewohnt, für mich ist das einfach wie Sex mit meiner Ex-Freundin, ich bin das gewohnt, ich bin mittlerweile auch nicht mehr traurig nach dem, ich kann mit solchen Situationen umgehen. Hallo, ich lebe schon seit 30 Jahren in der Schweiz, es ist ein schönes Land, mir gefällt es da, das einzige Tafel ist, wenn man der einzige Siebenjährige ist mit einem Bartwuchs. Wenn ich einmal ins Schulzimmer kam in einer neuen Klasse, haben meine Mitschüler immer gefunden, ach schau, der Hauswart ist da. Das hat auch seine Vorteile gehabt, ich konnte die Pausen immer im Lehrerzimmer verbringen, es ist erst nach einem Jahr aufgefallen, als ich den einen Lehrer gefragt habe, sie darf ich auch mal einen Kaffee probieren. Ja, aber auch so bei Schulausflügen, bei Schulausflügen haben meine Mitschüler zum Beispiel einfach Sonnencreme und eine Zahnbürste mitgenommen, ich habe schon Deo mitgenommen und einen Rasierer. Der Lehrer hat mich auch einmal nach Hause geschickt in der Zähnepause und gesagt, das mit dem Bart wird zu viel gegangen, das gehe rasieren. Ich bin auf die 11 Lektion wieder zurückgekommen und ich habe schon wieder stoppen gehabt. Ja, all in all ist eigentlich gut und man merkt, dass es ein bisschen anders ist, wenn man einen anderen kulturellen Hintergrund hat wie ich. Wie zum Beispiel alle meine Schweizer Freunde, sie kommen eigentlich immer pünktlich. Ich komme bei jeder Fahrpredigung immer zu spät und beim Sex eigentlich immer zu früh. Und ich hätte eigentlich mega gerne, dass das umgekehrt wäre, dass ich bei wichtigen Fahrpredigen immer zu früh komme und beim Sex einfach, dass ich wieder mal Sex hätte. Das wäre schon gut, das wäre mir schon lange. Keine Ansprüche. Ja, und so ist es eigentlich, wenn ich in diesem Land bin. Mir gefällt es euch, wir bringen gerne Zeit da. Aber ich muss von Zeit zu Zeit auch aus der Schweiz rausgehen. Ich gehe gerne alleine reisen. Ich habe ein wenig Me-Time, ich entdecke mich selber neu, neue Kulturen sehe ich. Und wir gehen alle aus verschiedensten Gründen reisen. Gewisse wollen neue Kulturen sehen, neues Essen kennenlernen. Andere wollen einfach billigen Alkohol und billigen Sex mit anderen Touristen haben. Sie wollen den Eiffelturm besteigen. Sie wollen ins Brandenburger Tor gehen. Sie wollen den Grand Canyon entdecken. Sie wollen auf den Machu Picchu gehen. Ihr versteht, was ich meine, oder soll ich weitermachen? Bei mir ist es anders. Ich gehe einfach alleine gerne reisen, weil ich brauche ein wenig Zeit für mich. Und ich war letztens in Bali. Das habe ich mir gewöhnt, nachdem ich viel gearbeitet habe. Und ich habe ein schönes Hotelzimmer geschaut. Und ich bin da rauf gekommen. Ich habe das Hotelzimmer angeschaut. Und ich habe mein Bett gesehen. Ein riesiges Double Queen Size. Deluxe Bett. Eine fette Matratze. Ein richtig geiles Duvet. Ich habe gerade mal meine Sachen abgelegt. Ich bin dort in das Duvet über mich gezogen. Und es hat sich so richtig geil reich nach Geld und schwerer angefühlt. Das Duvet. Und das Küsse. Das ist wie so ein Himmel. Ich sah, wenn man sich den Kopf da reingelegt hat. Und man so denkt. Wow. Besser als da kann es nicht werden. Und dann liegt man dort in dem geilen Bett. Und ich habe genau das gleiche gedacht wie ihr. Jetzt hole ich mir zuerst alles runter. Und dann könnte die Ferien anfangen. Ich habe meinen Laptop vorgenommen. Aufgeklappt. Und habe eingeben. www.uporn.com Und es ist gesperrt. Und ich dachte. Was läuft? Bin ich www.pornhub.com Und es ist auch gesperrt. Also bin ich runter an die Rezeption zu dem Dude dort. Und er sagt. Hallo Sir. Can I help you? Und er sagt. Ja das ist eine Frechheit da. Ich habe so viel Geld für mein Zimmer da oben. Ich werde mir jetzt gerne ein Abo holen. Und bevor ich in die Ferien gehe. Irgendwie sind schon alles gesperrt. Und der Dude fängt an zu schwitzen. Und er wird ganz rot. Und dann versuche ich mir zu erklären. Und ich merke es ist ein richtig unangenehmes Wort. Porno benutzen. Dann schaut er seine Chefin hinführen. Hallo Sir. Is everything ok Sir? Und der Dude ist so. Und er fängt an zu schwitzen. Und er ist so ganz rot dort. Und dann versuche ich mir zu erklären. Dass in Indonesien. Also in Bali. Der Indonesische Staat. 800.000 Pornoseiten gesperrt hat. Und ich klopfe auf den Tisch. Das ist doch ein Skandal. 800.000 Pornoseiten gesperrt. Und ich kenne nur 3 davon. Danke vielmal. Mein Name ist Josef Polat. Das ist von mir gewesen. Ich kenne mich an das. Vielen Dank.